Ich denke, Atomwaffen haben den Riesenvorteil, dass sie einen Staat im Grunde genommen nicht sanktionierbar machen durch diese ultimative Drohung, die mit der Atomwaffe verbunden ist und mit dem Besitz der Atomwaffe. Aber ob man mit Atomwaffen Krieg führen kann, da habe ich erhebliche Zweifel. Auch wenn Putin heute in der Ukraine taktische Atomwaffen einsetzen würde. Er würde damit den Krieg nicht für sich entscheiden, aber er würde sich einholen, die endgültige Abkehr von China und von Indien, von ihm. Denn die Atomwaffe ist weltweit geächtet.